Wie kannst du zwischen 500 und 1500 Euro am Tag täglich mit Trading, mit Crypto Trading oder Trading von anderen Assets verdienen und das sehr stabil und konsequent und regulär und das auch noch ohne Einsatz von eigenem Kapital, sprich mit Fremdgeldkapital oder Fremdgeldkonten. Da gibt es ja schon einige Anbieter auf dem Markt und wie das Ganze möglich ist mit einer stabilen Strategie, mit einer relativ einfachen Strategie täglich zwischen 500 und 1500 Euro zu verdienen am Tag, darüber sprechen wir in diesem Video, deswegen bleibt dran, herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich habe die letzten Wochen, sogar Monate, meine ich schon immer mehr bemerkt, dass viele sich für Fremdgeldkonten oder Fremdgeldkontotrading interessieren, das schreiben wir immer mehr von euch in den Kommentaren und vielleicht ist das für dich dann auch ein Thema, deswegen wollte ich heute mal ein erstes Video darüber machen und das Thema mal anschneiden, weil es gibt ja einiges oder einige Aspekte, die man in dieser Hinsicht besprechen sollte, aber es ist natürlich, also jetzt zur heutigen Zeit ist es so einfach wie nie zuvor, ein Fremdgeldkonto zu erhalten, da musst du natürlich eine gute Plattform dafür aussuchen, das ist nochmal ein anderes Thema, das ich in diesem Video ebenfalls anspreche, aber es ist noch nie so einfach gewesen, ein Fremdgeldkonto zu erhalten, zu evaluieren und zu traden und ohne eingesetztes eigenes Kapital im Endeffekt Geld mit Trading zu verdienen und das sozusagen mit nur minimalem Risiko, natürlich zahlt man bei dem einen oder anderen Fremdgeldkontenanbieter, bei einem zahlt man dann irgendwie eine kleine monatliche Gebühr, bei dem anderen zahlt man einmal eine einmalige Gebühr, während man das Konto evaluiert und nach der erfolgreichen Evaluation bekommt man den Betrag auch zurückgezahlt, also es gibt da verschiedene Modelle, deswegen besprechen wir das Thema ebenfalls noch, ansonsten wollte ich aber grundsätzlich diese Zahlen mal ansprechen, also dass es relativ möglich ist, weil für viele hört sich das Ganze irgendwie unrealistisch an oder nach irgendwelchen Scams, weil für den einen oder anderen ist ja auch dann so 500 Euro am Tag schon oder 1000, 1500 am Tag nicht wenig Geld, also andere verdienen das im Monat und deswegen ist das schon eine sehr interessante Aussage, die aber komplett realistisch ist, wenn man das Ganze mit korrektem Risikomanagement und einer guten Strategie angeht und darüber möchte ich jetzt noch etwas oder einige Aspekte besprechen, vor allem wie das Ganze konsequent, also täglich auch möglich ist, wenn man jetzt beispielsweise eine gute Strategie hat, die man auch selbst getestet hat, die für einen gut funktioniert und das Ganze täglich macht, also natürlich, wenn man das Ganze am Tag verdienen will, sollte man eher dann zum Daytrading greifen und sprich dann Positionen im Laufe des Tages öffnen und schließen, dass man im Laufe des Tages einige Positionen geöffnet und geschlossen hat, das ist zum Beispiel auch mein Tradingsziel und den Tradingsziel, den ich auch für alle meine Teilnehmer meines Kurses beibringe, ihr habt ja schon einige Interviews auf meinem Kanal mit meinen Teilnehmern sogar gesehen, die selbst erfolgreich traden, meistens hat sich da auch, wenn ich jetzt das Ganze rückblickend nochmal betrachte, sich so ein Target oder ein Ziel, tägliches Ziel von ungefähr einem Prozent, eins bis zwei Prozent am Tag, das man wirtschaften kann mit dem eigenen eingesetzten Kapital, das man hat und das ist das Ziel meiner Teilnehmer, die jetzt erfolgreich traden bereits nach meinem Kurs, wie gesagt, Interviewreihe kannst du oben gerne anschauen, die Interviews von meinen Teilnehmern, genauso ist es auch mein Ziel, eins bis zwei Prozent am Tag zu machen, was sehr realistisch ist, wenn man eine gute Strategie hat, mit, da braucht man nicht mal irgendwie 90 Prozent Erfolgsquote, es reicht schon zwischen ungefähr 55 bis 70 Prozent Erfolgsquote, also ungefähr die Hälfte bis etwas mehr an eigener Gewinnrate, natürlich muss es auch nicht mein Kurs sein, es gibt anderweitig auch Ressourcen im Internet, andere Ausgaben von Trading, die ebenfalls gute Strategien anbieten, natürlich ist auch sehr viel Scan dabei, sehr viele Strategien, die offensichtlich auch gar nicht funktionieren und leider auch sehr viele Kanäle und Ressourcen im Internet, die eher dann Scams sind und eher dann einfach nur durch die eigenen Affiliate-Links auf die Börsen schicken und ohne wirklich eine gute Strategie beizubringen, die dann leider dann Geld verlieren auf dem Markt und die Prozentzahl, eine Prozentzahl der Gebühren von den Trading-Plattformen bekommt dann der Influencer und das ist für mich dann eigentlich irgendwo mehr oder weniger ein Scam, man sollte da schon eine funktionierende Strategie auf jeden Fall beibringen, aber wenn du da auch eine beigebracht bekommen hast, sei es anderweitig, sei es durch meine Ausbildung oder durch meinen Kurs, dann und wenn du dann alle Schritte gemacht hast, also alles eingehalten hast, das ganze Bank getestet hast, gesehen hast, dass es funktioniert für dich und du erfolgreichern tradest, dann kannst du ebenfalls ungefähr 1 bis 2 Prozent am Tag auch anpeilen, was den Gewinn angeht, unter Einhaltung natürlich deines Risikomanagements, weil das ist ganz wichtig für jeden Trade auch auf dein Risikomanagement zu achten, heißt, wenn du beispielsweise 1 Prozent pro Trade riskierst, was ich empfehlen würde, 1 Prozent ist da ein guter Ansatz, also von deinem Gesamtkapital, sprich jetzt sagen wir mal, wenn du 100.000 Euro Fremdgekonto hast und 1 Prozent pro Trade riskierst, heißt, du riskierst 1.000 Dollar für diesen Trade, wenn er im Verlust landet und wenn du aber gewinnst, gewinnst du natürlich viel mehr, heißt, wenn dein Chancenrisikoverhältnis ungefähr denn sich bei 2 zu 1, 3 zu 1 einpeilt, sogar 4 zu 1, also einige meiner Teilnehmer haben sogar ein durchschnittliches Chancenrisikoverhältnis von 4 oder 5 zu 1, sogar das, was ich sehr super finde, aber 2 zu 1, 3 zu 1 ist schon ein ziemlich guter Durchschnitt und dann heißt das, dass wenn dein Trade profitabel ist, du dann statt 1.000 Dollar zu verlieren 2 oder 3.000 Dollar gewinnst pro diesen Trade und das sind ja schon mal 2, 3 Prozent, die du an diesem Tag gemacht hast mit dem einen Trade. Natürlich ist aber keine Strategie oder hat keine Strategie eine 100-prozentige Erfolgsrate und deswegen muss man dann auch mit einberechnen, dass auch wahrscheinlich dann jeder dritte Trade mal auch ein Verlierertrade sein kann, das ist ganz normal, sogar jeder zweite Trade bei so einem Chancenrisikoverhältnis, wenn du 2 oder sagen wir mal 3 zu 1, 2 zu 1 durchschnittliche Chancenrisikoverhältnis hast, dann kann auch nur jeder zweite Trade ein Gewinnertrade sein und du bist trotzdem extremst profitabel mit deinem Trading und wenn man davon mal ausgeht, wirklich von so einer nur 50-prozentigen Gewinnrate mit einem, sagen wir mal 2,5 zu 1 durchschnittlichem Chancenrisikoverhältnis, pendelt sich das Ganze auch bei mindestens 1% am Tag ein, wenn du das Ganze auf den Tag dann, also ganzen Trades dann auf einen täglichen Durchschnitt runterbrichst, hast du dann ungefähr 1 bis 2% dann täglich Gewinn und wenn du jetzt beispielsweise, machen wir mal ein kleineres Konto, ein 50.000 Konto evoluiert hast bei einem Fremdgeldkontenanbieter, dann ist ja, oder riskierst du im Endeffekt, 1% heißt 500 Dollar pro Trade, aber potenzieller Gewinn ist dann beispielsweise 1.000 bis 2.000 Dollar pro Trade und dann unter Berücksichtigung aller Verlusttrades, also wenn du denn die Hälfte davon dann doch im Minus landen und du dann jeden zweiten Trade nochmal 500 Euro Minus machst, dann pendelt sich dein Gewinn im Endeffekt am Tag, wenn du dann 1, 2, 3, 4 Trades am Tag machst, was ganz normal ist, also mit meiner Strategie, ist man dann ungefähr bei 2, 3, 4 Trades am Tag, also bekommt man sehr qualitativ gute Einstiege am Tag, pendelt sich das Ganze dann ungefähr auch bei 500 Euro bis 1.500 Euro am Tag dann ein, was du dann auch am Tag dann im Schnitt verdienst. Wenn du ein 100.000 Dollar Konto evoluierst, ist das Ganze natürlich doppelt so hoch und doppelt so interessant, deswegen ich würde dann, wenn du schon sehr sicher mit deiner Strategie bist, eher dann zu einem 100.000 Dollar Konto greifen, aber natürlich ist das dann jedem selbst überlassen. Dann hat man auch mit diesem Risikomanagement, mit dem 1% Risiko am Tag und 2, 3, 4 Trades täglich, mit einer ungefähr Gewinnrate von 50%, also die erfolgreichen Teilnehmer meines Kurses haben natürlich eine bessere Gewinnrate, aber wenn man jetzt mal von einem schlechteren Case ausgeht und nur jeder zweite Trade dann im Gewinn landet, endest du trotzdem mit deinen 500 bis 1.500 Euro ungefähr am Tag mit einem 50K-Konto, auch etwas mehr dann mit einem 100K-Konto, also 100.000 Euro und 50.000 Euro, Dollar meinte ich natürlich, und dann kannst du natürlich das Ganze dann für dich selbst für den Monat auch hochrechnen, je nachdem, wie viele Tage du im Tag im Monat dann traden willst. Natürlich gibt es da auch verschiedene Fremdgeldkontenanbieter, viele davon sind nicht so gut, weil die sehr unfaire Voraussetzungen bringen. Entweder du hast einen Trailing-Drawdown, heißt ein täglicher Drawdown, den du als maximalen Verlust, den du täglich machen kannst, der sehr knapp gesetzt ist, oder andere haben beispielsweise eine maximale Anzahl an Tagen, in der du dein Trading-Konto evoluiert haben musst. Bei noch weiteren Anbietern hat man dann noch andere Begrenzungen, also die Fremdgeldkontoanbieter haben dann so bestimmte Rahmenbedingungen, innerhalb denen du dein Trading, dein Konto evoluieren kannst. Und da gibt es viele, die ziemlich unfair sind, aber viele, die jetzt vor allem in letzter Zeit ihre Rahmenbedingungen sehr gelockert haben und es für Trader, die eine profitable Strategie haben, um einiges das Ganze vereinfacht und viele dann sehr schnell ihr Konto evoluieren und dann mit Fremdgeld im Endeffekt sehr gutes Geld im Endeffekt verdienen, ohne eigenes Kapital einzusetzen. Natürlich keine Finanzberatung an dieser Stelle, do your own research. Deswegen, wenn dich das Ganze jetzt etwas mehr interessiert und du wissen willst, welche Fremdgeldanbieter dann überhaupt in Frage kommen, die auch mit Kryptowährungen Trading anbieten oder mit anderen Assets, wenn dich das Ganze interessiert, dann schreib bitte unten einen Kommentar rein und like das Video, denn dann sehe ich, dass da Interesse für dieses Thema grundsätzlich besteht und dann werde ich dann noch ein paar Videos zu diesem Thema machen, um das ganze Thema ein bisschen aufzudecken, die Risiken ein bisschen aufzuzeigen, damit ich dann auch erzähle, wie man so ein Konto relativ schnell und einfach evaluieren kann und was die besten Anbieter dafür sind. Ich hoffe, das Ganze war interessant für dich, wünsche noch erfolgreiches Trading und einen wunderschönen Tag.